Einer, gell? Ihr habt doch sicher alle so iPhones und so, oder? Oder Oldschool und Feuerzeug. Kommt zu Schaffenburg, enttäuscht's uns nicht. Ja genau, siehst, da kommen schon die ersten Feuerzeuge, genauso wie Tivoli noch. Da kennt man's iPhone noch nicht. Und da, wie schaut's da aus, Jungs und Miles? iPhones, Feuerzeuge, alles was ihr habt. Sonst spielt er nicht ein Tag. Ich auch noch nicht. Also, ich hab jetzt vor kurzem so ein Robbie-Williams-Konzert angeschaut. So, jetzt spielt er nicht gut. Hubert! 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 Hobert! Danke schön Herr Schahr für Aufmerksamke, Ulrich! pont I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait. You write some sleep in me, but you can't just find. You left me on my path of truth. Musik 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 Musik